Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es in dieser Podcast-Folge darum geht, Ihnen eine Frage zu stellen. Und zwar, woher haben Sie Ihr 3D-Druck-Wissen? Das würde mich interessieren. Denn ich habe immer wieder gemerkt, jetzt vor allem durch unsere Beratungssache, die wir anbieten, wo wir den Kunden wirklich helfen, dass selbst aus meiner Sicht erfahrene Anwender am Anfang ein richtig großer Bestandteil an Wissen fehlt. Und zwar an Basiswissen, an diesem Grund-3D-Druck-Denkweise. Wenn das nämlich nicht passt, dann können Sie auf all den anderen Dingen nicht aufsetzen. Das ist ähnlich wie, Sie haben ein superschnelles Motorrad, aber Sie haben den Führerschein nicht dafür. Sie haben eine besondere Kettensäge, eine besondere Säge, um Bäume zu fällen, aber Sie können diese nicht bedienen, weil Sie dieses Grundwissen nicht haben. Oder Sie haben ein bestimmtes Werkzeug, aber die falsche Bedienungsanleitung. Und das sehe ich immer wieder im Moment, dass das Wissen über 3D-Druck aus verschiedenen Kanälen kommt, mit einer unterschiedlichen Intensität und mit einem unterschiedlichen Reifegrad. Und sehr viele Interessenten von uns, die wissen sehr viel über YouTube, über Erzählungen, über Google. Es gibt aber auch Interessenten, die waren auf Konferenzen. Die wissen dann ganz genau, mit welcher Laserstärke man ein bestimmtes Pulver bestrahlt. Aber die wissen das Thema 3D-Druck gar nicht wirklich, wie man es anfängt. Also da ist vielleicht Detailwissen da, bezogen auf das selektive Lasersindern oder bezogen auf Stereolithografie. Aber nicht, wie beginne ich denn mit dem Thema 3D-Druck? Oder man bildet sich ja immer eine Meinung nach einer bestimmten Messe. Oder, das ist auch noch ein Punkt, wo aus unserer Sicht unsere Interessenten und Kunden ihr Wissen herhaben, und zwar von den Herstellern. Und jetzt mal so unter uns. Woher wollen Sie denn wissen, ob der Hersteller eines 3D-Druckers auch das Thema 3D-Druck selber verstanden hat? Das ist jetzt eine knallharte Aussage, aber ich erlebe es immer wieder, dass der Hersteller von 3D-Druckern vielleicht weiß, wie man einen 3D-Drucker herstellt und wie der 3D-Drucker funktioniert, aber das Thema 3D-Druck selbst vielleicht nicht ganz verstanden hat. Das ist eine gewagte Aussage. Es gibt aber sehr viele Firmen, die bieten auch einen ganz tollen Beratungseffekt an. Die sagen, wir sind hier einerseits auch Hersteller und andererseits kennen wir uns hervorragend auch aus, wie man 3D-Druck im Unternehmen auch erfolgreich einsetzt. Also es gibt sowohl die einen als auch die anderen, aber man muss immer sich fragen, mit wem spricht man denn hier? Nur weil Sie zwei Dinge mehr wissen über 3D-Druck wie jemand anders, nennen sich manche Leute auch Experte in dem Fall. Also, Sie sollten immer fragen, und das machen wir auch am Anfang, woher haben Sie Ihr Wissen denn über 3D-Druck? Es gibt in manchen Firmen auch Abteilungen, dort sitzen zwei, drei Leute, die nennen sich additive Konstrukteure. Die haben wir letztendlich geschult. Die haben sich davor aber auch schon so genannt, weil sie meinten, in dem Fall jedes Video über 3D-Druck zu kennen und zu wissen, wie man richtig konstruiert als Beispiel. Und dadurch, dass man ja weiß, was 3D-Druck ist, interpretiert man hinein, wie 3D-Druck funktioniert. Also, bitte sind Sie in der Sache sehr vorsichtig. Ich darf in der Sache einiges zu dem Thema sagen, weil ich schon mehrere Jahre in diesem 3D-Druck-Business drin bin, weil ich schon weiß, wie man 3D-Drucker erfolgreich verkauft, weil ich schon über tausende Telefonate mit Kunden geführt habe, wo es um Support-Fälle ging. Viele Kunden kennen mich nur aus dem Support zum Teil, weil ich über 400 3D-Drucker schon im Markt installiert habe. Und glauben Sie mir, aus 400 Installationen kann man sehr schnell herausfinden, wo diese ständigen Probleme sind, aus unterschiedlichen Branchen. Also, weil Sie sich jetzt wahrscheinlich denken, warum hat er das Recht, darüber zu reden und alle anderen nicht. Natürlich weiß ich nicht ganz genau, wer den Podcast hört und woher Sie Ihr Wissen haben. Aber es gibt ja auch welche, und zwar Podcast-Hörer, die ganz neu sind und die sagen, woher habe ich denn eigentlich die richtige Quelle? Wo kriege ich die richtige Quelle her, um mir Wissen anzueignen? Und als erster wichtiger Tipp kann ich Ihnen das 3D-Druck-Profi-Wissen-Buch von mir empfehlen. Überlegen Sie da nicht viel. Holen Sie sich dieses Buch. Ich überlege da schon gar nicht mehr, ob Sie sich das Buch holen, sondern nur noch, wann Sie sich dieses Buch holen. Weil es gibt Podcast-Hörer, die beobachten uns schon seit Beginn des Jahres und haben jetzt erst entschieden, jetzt endlich mal Kontakt zu uns aufzunehmen. Und ich glaube, dass es auch noch Podcast-Hörer geben wird, die uns über drei, vier Jahre beobachten und dann sagen, so, und jetzt kaufe ich mir dieses 3D-Druck-Profi-Wissen-Buch. Gehen Sie doch her und kaufen Sie es sich jetzt. Sie werden mehr bekommen, als Sie investiert haben. Das verspreche ich Ihnen. Und was Sie dafür tun müssen, ist auf www.buch.3ddruck-wissen.de zu gehen und dann auf Ihr Exemplar zu klicken und dann Ihre Daten einzugeben, den sicheren Bestellprozess durchzugehen. Und dann bekomme ich eine E-Mail und da heißt es, dass Sie das Buch bestellt haben und dann wird es von uns verpackt und dann geht es am nächsten Tag meistens auch schon in einer gelben Transportbox direkt an die Post und wir geben das dann ab und ist auf dem Weg zu Ihnen. Jetzt aber nochmal aufs Thema zurückzukommen, das Thema Wissen in Sachen 3D-Druck. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mich meistens Leute fragen, wie könnte ich das denn machen, es aber dann nicht umsetzen, weil Sie auf YouTube ein Video finden, das das Ganze anders erklärt und weil man immer noch meint, man ist beratungsresistent, man weiß alles, weil man weiß ja alles über Technik und man hat ja ein großes Ego, weil jeder, der konstruieren kann und Maschinen konstruiert, der müsste auch 3D-Druck in dem Fall können und additiv konstruieren können. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich sage mittlerweile immer noch dazu, machen Sie es genau, wie ich sage, sonst sage ich Ihnen nicht, was Sie machen sollen. Und wir haben generell so ein Problem in der Gesellschaft, dass wir zwar danach fragen, es aber nicht umsetzen, sondern selber Sachen hineininterpretieren, anstatt die Dinge einfach nach einem Plan umzusetzen, wie man es gesagt bekommen hat. Dann googelt man, dann schaut man sich Videos an, dann liest man Blogbeiträge, dann geht man in ein Forum und stellt da eine Frage, dann gibt es da wieder verschiedene Antworten, dann fragt man vielleicht jemand um Rat, dann vergisst man das wieder. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es gibt so viele tolle Leute in dieser Branche, die haben so tolle Tipps, wenn die Interessenten oder Kunden diese einfach nur umsetzen würden, anstatt ihre eigene Sache dazu zu dichten. Es ist schon fast vergleichbar wie früher, als man als Kind auf den Schoß vom Opa gesessen hat oder von der Oma und hat gefragt, Mensch Oma, wie machst denn du das? Oder hast du mal nicht einen Rat für mich? Ich komme da nicht klar. Und die etwas ältere Generationen, zum Beispiel mein Papa, die haben das dann umgesetzt. Die haben das ganz genau so gemacht. Und es hat auch funktioniert. Es hat vielleicht sogar noch besser funktioniert. Anstatt sich tausende von Informationen zu holen und nicht die eine Information zu verwenden, die richtig ist. Wissen ist heute inflationär, habe ich das Gefühl. Sie können alles googeln. Es geht eher darum, Orientierung zu bekommen, einen klaren Plan zu haben, jemandem einen roten Faden mitzugeben, wo man sich festhält dran und wo man sagt, ich ziehe die Dinge jetzt genauso durch. Und Veränderung ist aus meiner Sicht eine Konstante. Jetzt nochmal. Veränderung ist eine Konstante. Sie müssen sich in der Sache verändern. Und es geht vielleicht eher darum, Leuten in Anführungszeichen in den Arsch zu treten und denen genau zu sagen, was sie tun müssen, die Basics hochhalten, damit ihre Kunden auch Resultate haben und damit dieser Plan auch direkt umgesetzt wird. Und dann kommt meistens eine erfolgreiche Zusammenarbeit raus. Und es gibt ja nichts Tolleres für den einen, der den Tipp empfohlen hat und sagt, mach genau diese fünf Schritte und du wirst erfolgreich sein und Ergebnisse erzielen. Wenn derjenige dann zurückkommt und sagt, hey, danke, ich habe genau diese fünf Schritte beachtet und ich habe das erste Ergebnis und ich weiß jetzt endlich, wie es funktioniert. Denn im 3D-Druck ist es leider immer noch so, es gibt so viele shiny Objects, so viele glänzende Dinge, wo man sagt, das ist der nächste Hype. Genau das ist. Und dann rennt man zum nächsten und zur nächsten Technologie und zum nächsten Verfahren und zur nächsten Möglichkeit und zum nächsten CAD-Programm. Und dann sagt man, Topologieoptimierung, das ist das Ding schlechthin. Und dann zum nächsten und zum nächsten. Und sie sind eigentlich nur am Rennen zum nächsten, sie machen aber gar nichts wirklich richtig. Denn es geht nicht darum, das nächste shiny Object zu finden, das anscheinend ihr Problem löst, was sie glauben, sondern es geht darum, endlich mal Dinge richtig zu machen und richtig nach einem Plan vorzugehen. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten den richtigen Plan haben, was das Thema 3D-Druck angeht, um das richtige Ergebnis zu bekommen, und zwar Teilekosten einzusparen, Zeit einzusparen, Bauteile über Nacht zu drucken, langfristig ihre Innovationskraft stärken, das wirklich nachhaltig ist, anstatt immer zur nächsten Technologie und zum nächsten Hype zu rennen. Wirklich gutes Wissen aufzubauen in Sachen 3D-Druck. Wissen, wo Sie sagen, Sie haben eine richtige Grundlage dafür. Dass Sie das Potenzial erkennen, dann sich für eine Technologie entscheiden, die das Potenzial direkt abdeckt. Diese Technologie dann auch umsetzen, also den richtigen 3D-Drucker haben und damit Teile drucken. Dann lernen, wie man richtig konstruiert. Und dann auch noch sagen, ich habe auch noch ein Vermarktungskonzept, wie ich auftreten muss bei meinem Kunden, welche Dinge ich sagen muss, damit Ihr Kunde auch sagt, Mensch, cool, 3D-Druck ist ein Thema bei uns. Habe ich Interesse daran? Das ist relevant für uns. Was muss ich denn tun, damit wir mal gemeinsam einen Teil drucken? Welches Problem könnt ihr denn lösen? Ich habe folgende Probleme. So geht 3D-Druck richtig. Und wenn Sie lernen wollen, wie das geht, wenn Sie das implementieren wollen bei Ihnen in der Firma, dann kommen Sie zu uns ins kostenlose Erstgespräch. Gehen Sie dazu unter www.3dindustry.de-beratung und bewerben Sie sich auf ein kostenloses Erstgespräch mit uns. Sie werden kurz mit der Maria sprechen und Maria wird genau überprüfen, ob wir Ihnen helfen können. Und wenn wir Ihnen helfen können, dann kommen Sie zu uns ins Beratungsgespräch, das kostenlos ist, bei mir und meinem Team. Und wir schauen uns genau an, wie wir Ihnen helfen können. Und Sie gehen aus diesem Beratungsgespräch raus mit einer neuen Möglichkeit, mit einem Fünf-Schritte-Plan. Und dann treffen Sie die Entscheidung, ob Sie das selber umsetzen oder ob Sie das mit uns gemeinsam umsetzen. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, Sie werden mehr Geld ausgeben, wenn Sie es versuchen, alleine umzusetzen, weil Sie den klaren Plan nicht haben und die Erfahrung, anstatt Sie es mit uns gemeinsam tun. Natürlich haben sehr viele Leute eine Meinung darüber, aber keine Ahnung und keine Erfahrung, was das Thema angeht. Und ich habe noch kein Konzept gesehen, wo das Thema Vermarktung bei 3D-Druck auch noch so groß eine Rolle spielt, damit Sie Teile auch richtig verkaufen können an Ihre Kunden und ein tolles Ergebnis haben. In diesem Sinne freue ich mich ganz besonders, wenn wir Sie mal kennenlernen, wenn ich Sie mal kennenlernen darf. Und Sie sich für das kostenlose Erstgespräch unter www.3dindustrie.de-Beratung eintragen. Genau, also wenn Sie wissen wollen, woher kommt das Wissen am besten? Sie machen den ersten Schritt, dann holen Sie sich doch das 3D-Druck-Profi-Wissen-Buch oder den 3D-Druck-Profi-Wissen-Online-Kurs. Oder Sie machen es gleich richtig und gehen bei uns in die Beratung, in das Beratungsgespräch, meinte ich. Wenn Ihnen die Podcast-Folge gefallen hat, dann teilen Sie diese Podcast-Folge doch mit einer guten Freundin oder mit einem guten Freund oder mit einem Kollegen, mit einem Geschäftspartner oder mit Ihrer Familie, weil Ihr Sohn vielleicht auch etwas mit 3D-Druck zu tun hat oder Ihrer Tochter. Geben Sie uns doch eine 5-Sterne-Bewertung, wenn Ihnen diese Podcast-Folge entsprechend gefallen hat. Also, bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dann, machen Sie es gut!